Ok Letting Boxack Ah, interessant Hit da auf das Limit des Inventars Aha, ok Ja, wahrscheinlich hilf euch dann Ihr wollt Bögen? Ich habe Bögen Ah, ok Das sehe ich mir nachher Was willst du denn? Na, wenn das nicht Worthy ist, der verschlagenste Zwerg in ganz Sedas Ich bin allein der Wahrheit verpflichtet Ihr arbeitet doch nicht mehr für Ethanville, oder? Euer Jahr müsste inzwischen doch schon um sein Ich finanziere eine Expedition So wie es aussieht gehe, ich will unter die Entdecker Davon habe ich gehört Barton ist zwar nicht einfach, aber seine Informationen sind meistens ziemlich gut Nicht einfach Das ist leicht untertrieben Ich sag euch was Ich habe immer noch meine alten Kontakte Wenn ihr also jemanden braucht, der für euch Runen herstellt Kann ich das arrangieren Ok Lasst euch nicht töten Du hast eine Handwerkstation für euch an der Gegenstände hier Bestellen kannst du für das Rezept und die Rohstoffe vorhanden sind Ok Ohne des Schutzes Rohstoffarten entdeckt Ok Was brauche ich dazu? Ein Lyrium Ok Verstehe 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 Ok Ähm Was ist? Was ist was? Nein 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 Wie enttäuschend Das ist lustig Ähm Was haben wir hier noch? Nichts Nichts Oh Wollte Das ist lustig Und Was Dann Ich binücklich Nein Ah! Neh, da was dann? Beschluckthaftes Kantos Der zu ist in keine Quest verfügbar, okay So, Pech Hier ist nichts Hier gehts zur Kirche Ah! Kiste! Gürtel zu bestätigen Gürtel zu was? Ja, ich kenn meinen Inventar, danke Bestätigten Muss man sehen, was haben wir denn hier noch? Leiderrüstung Mann, was ist richtig? Kritisch Den Helm könnten wir anlegen, so Ähm, wo gehts denn hier rauf? Oberstädter anwesend, okay Tee, ein Schenken, Gänseblümchen für die Eingangshallon Ah! Küste! Leine Küste Leine Küste Mann, ist das weitläufer hier Bin ich bereit? Oh, ich kann? Ich hab was gefunden! Geheimnis! Uuuuuh! Ist das noch irgendwas? Nein! Okay, vielleicht sollte ich mich mal an meine Kost machen Bevor ich mich hier noch an Komplett verrenne! Dann sehen wir mal an Dann sehen wir mal an Mann, Futsch Ah, fest und das wie kommt Okay Tja, ich muss hier nun Und da rauf Aber Aha Und Was? Nein, nein! Nimm den Sack, der Kerl! Der anderen sagt er, was? Und hier ist nichts Ist nichts Und hier ist auch nichts Okay Ja Ah, weiter geht's Ah, weiter geht's Was ist das? Go sammeln Ah, okay Okay Pssst Am Pegament geschnitten Ich werde mich erst mal umsehen In der viel Glück beim Reinkommen Ich warte schon den ganzen Tag Seid gegrüßt, Sarah Okay Gott, wie viel Text das ist das das amt ist wie kommt es nicht öffentlich zugänglich schon gar nicht für neue die noch gar nicht zur öffentlichkeit gehören danke das ist nett brush your cap ein 534 erhabenes zeithalter meins verdammt ich hab nicht genug klugheit wie glaub ich denn verdammt bist du genug? verdammt fehlt ein punkt in klugheit kiste merken kiste merken kiste merken warte mal ouch am pergament geschnitten ok gott was ist denn das? da hängt jetzt ein text an wen interessiert das? warte die kund muss schrecklich beschäftigt sein ich warte schon fast den ganzen ich weiß hintergrundgeschichte aber gott so viel text das liest doch kein schwanz zieh noch weiter nein na gut begleiter kriege ich lass die Basis eines deiner Gefährten eines deiner Gefährten äh treten ja komm ich rein wieso geht's nicht weiter hoffentlich habt ihr einen schönen Tag Sarah ok da ist sie Startwoche von Kirkhorn und noch mehr Text hurra und noch mehr Text und noch mehr Text und noch mehr Text äh ah jetzt sind Ah, die klicke ich auf. Okay, ist jetzt alles noch was? Oh, nichts. Na gut, hi, Aveline. Aveline. Hallo, Hawk. Nette Begrüßung. Ist das alles? Was? Oh, natürlich. Tut mir leid. Es fühlt sich an, als hätten wir uns gerade noch unterhalten. Ich habe euch im Auge behalten. Informationen sind einer der wenigen Vorzüge dieses Postens. Achtet auf Bartrond. Er ist ein Mistkerl. Ihr habt mich wieder ausspielen? Ihr wisst, dass ich es nicht schätze, wenn ihr mich beobachten lasst. Ich habe mir damit erspart, vor eurer Türschwelle zu lagern. Nach allem, was wir durchgemacht haben, um hierher zu kommen. Nun, ihr seid zwar kein Kind mehr, aber ich kümmere mich um meine Freunde. Das ist nett. Angesichts der Orte meiner Patrouillen habe ich durchaus Zeit. Er hat etwas Nützliches erlauscht. Jemand in eurer Position erhält doch sicher hin und wieder profitable Informationen. Ihr kennt mich zu gut, um diese Frage zu stellen. Eines Tages werdet ihr frustriert genug sein und auch diesen Weg gehen. Ich habe das Gefühl, als würde ich auf meinen Händen sitzen. Dabei gibt es gefährliche Leute in dieser Stadt. In der Stadt hätte ich sogar eine Aufgabe für euch. Lasst es mich wissen, wenn ihr Kirkwall einen Dienst erweisen möchtet. Ansonsten bin ich hier, falls ihr mich braucht. Palmer Bauer. Ich könnte wirklich eine etwas anspruchsvollere Arbeit brauchen. Und Mr. Wesley? Seit der Ankunft ist ein Jahr vergangen. Seid ihr in Ordnung? Ihr müsst mich nicht umhegen. Ich bin, wo ich bin. Wie ich mit meinen Erinnerungen umgehe, ist allein meine Sache. Okay. Äh, seid ihr hier glücklich? Kirkwall scheint euch zu gefallen. Es war eine Herausforderung. Zahlreiche Möglichkeiten. Wenn man der Typ ist, den die Einwohner wollen. Seid ihr das? Wenn man es lange genug dreht und wendet, glaubt man es zumindest irgendwann. Okay. Äh, vermisst ihr es noch zu sein? Das ist sicher etwas völlig anderes, als König Kaelin zu dienen. Ich habe dieses Leben geliebt. Aber es gibt einen neuen König. Für ein neues Feralden. Sehr selbstsicher. Aber er war da, als der Erzdämon vernichtet wurde. Das kann man ihm also kaum vorwerfen. Ja. Letztlich ist es nur eine weitere Veränderung. Das eigentliche Ende für mich war Ostagar. Ihr und Kava müsst das ähnlich empfunden haben. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Ich kannte ihn kaum. Wir haben nicht darüber gesprochen. Ich grüble nicht darüber nach. Ich nehme an, das hatten wir gemeinsam. Dann hätte ich ihn gemocht. Wie lautet die Aufgabe? Aber so gut, Evelyn. Ihr habt also etwas, das der Mühe wert ist? Meine Patrouillen mögen ereignislose Spaziergänge durch die Dunkelheit sein. Aber etwas Großes braut sich zusammen. Und ich hätte Verwendung für euch. Ein Hinterhalt. Wahrscheinlich für eine Karawane. Auch wenn ich keine Lieferungen finde, die dazu passen. Das spielt aber auch keine Rolle. Wenn Wegelagerer jemanden ausrauben wollen, halte ich sie auf. Ob es nun in meinem Bezirk ist oder nicht. Ich halte zu euch. Also schön, Evelyn. Ich spiele Wache für euch. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Sie verstecken sich auf dem Sunderhügel. Abgelegen in der Wildnis. Aber über eine Abkürzung auf dieser Seite können wir Zeit gewinnen. Und nein, ihr könnt euch nicht absetzen und es ohne mich machen. Ich traue euch. Aber ich muss dabei sein. Ihr handelt im Namen der Wache. Okay. Wie lange muss ich denn noch warten? Ah, das werden wir uns noch ansehen. Denn das wollte ich mich schon noch mal ansehen. Ähm, das ist die Karte grundsätzlich. Wir haben hier Kirkwall bei Dark, Kirkwall bei Nacht und die Freien Marschen. Ähm. Ich werde jetzt hier mal Pause machen. Also, ähm. Ja, ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt. Jetzt wird es wieder etwas blinder werden. Obwohl ich mich ein bisschen schon auskenne. Aber es ist grundsätzlich blind. Ich dachte, du so mit mir sprichst, du mieser Bauer. Die Wache, die euch hinauswerfen wird, wenn ihr noch einmal gegen die Wand tretet. Tch. Idioten. Ähm. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt. Ähm. Ich würde sagen, ich bin der Metal Force. Bis zum nächsten Mal. Ciao.